salve liebe freunde und herzlich willkommen zu einer neuen ja vor der 2 test chamber zusammen mit dem arnold ihr habt das fiese lachen schon gehört und unverkennbar und wir spielen die test chamber das ist teamwork 21 gab es nur komischerweise 1 gab es nicht ja wissen wir nicht warum da sind wir hallo ich muss ehrlich gesagt gestehen ich weiß überhaupt nicht mehr wie es ging oder wie das spiel geht das sind immer gute voraussetzungen ja habe ich auch gehört okay so drückt man sich sagst du alles klar okay so drückt man sich ich könnte irgendwie noch mal wie kann ich noch mal zuschauen mal enter ah da gibt es noch diese was ist das denn jetzt ging das ich weiß es nicht mehr okay ziel ist es die cubes zu holen und natürlich in in die richtigen geschichten zu parken und alter ah guck mal hier mit elf kannst du sagen hey schau mal da ja okay und ich habe auch irgendwie zugucken aber ich weiß gerade nicht wie es geht aber würde ich sagen einfach mit tab einfach mit tab ach mit tab genau so war das bei mir lecker spielen bisschen aber mir läuft es ganz gut bei mir oder spackt mir die maus wieder rum das ist so ein typisches half life problem bei mir ich weiß nicht wieso das ist was wir müssen machen dass das ding hier aufgeht hier müssen wir den cube hinsetzen ach guck mal hier kommen also hier oben bin ich habe mir schon mal das ding geschnappt du schnappst ja mal das ding genau so warte das oh ich hab's gekackt warte ich mach's kurz ja warte ah ok wir können mal ganz kurz gucken was hier oben ist oh mein gott kannst du es hier irgendwie weiter bringen wir müssen da da ist ein tor alter da kommen wir nicht hin doch du hast doch diesen strahl oder nicht strahl ja was ein strahl den da warte wir haben ja zwei möglichkeiten einmal hier ab jetzt nicht hier du hast doch den strahl den strahl ja 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 warte mal so und so ja wie soll man jetzt da hochkommende babnase ja einfach da rein jetzt ach so doch doch wir müssen bloß nach unten du musst den strahl irgendwie um ja wir müssen ja der strahl kommt ja schon so automatisch er kommt doch schon so raus was ist was ist doch du kannst umkehren geh auf das ding alles klar leute ihr seht es ihr seht es geht gut los ah warte doch ne jesus doch geh hoch und dann und dann kehre das ding so um das mal rüber gehen warte 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 du musst auf mich warten du ein voll mongo was ist flugtest doch du musst es jetzt von der seite machen oder ich bin wieder da warte mal ich glaube ich glaube ich habe ganz kurz die session hier ja mach mal mach mal jeden das hier so dass man hier mal da warte mal was machst du denn da jetzt schon wieder das mal ganz kurz machen ich papa sucht sich jetzt mal was aus hier okay das ging so das ging so da kommt man nicht rüber das heißt wir müssen es ja im prinzip so machen was soll das uns bringen es ist probiere ich jetzt gleich ausprobieren geht über studieren junge und bam und warte wir sind jetzt hier oben ne ja theoretisch wenn du jetzt hier dein ding zündest kann man darüber laufen verstehst du was ich meine hast du den anderen strahl ich habe gar keinen strahl jeder probieren muss so ich bin tot ok du holst jetzt den anderen strahl du weißt was ich meine oder den dem die die das hier meinst du ich will mir den was wir jetzt geklaut so ok warte mal so was ist das denn da genau da ist eine sprungschanze alter naja da kommen wir gleich hin das war eins nacheinander du hast den anderen strahl jetzt ja du kommst jetzt mit dir rein ja ich hab ich hab die noch mal die brücke ich hab die lichtbrücke warte bis ich da bin ja 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 warte ich ja auf geht's nach oben ja musst du da hier die lichtbrücke ok kommst du darüber ja ich bin drüber ich auch ok kommst du hier hin damit ich es hier machen kann stehst du bereit ja warte 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 ich zünde jetzt hier ich bin mir nicht an sich ob das funktioniert ja warte du musst dich an eine seite ja warte ja ja aber ich denke nicht dass es so funktioniert da kommen wir nicht durch ja die frage ist wie kommen wir jetzt da durch vielleicht da unten lang lieber unten lang wäre vielleicht besser das ist eine gute idee warte mal ich zünde mal meins nee du musst deine brücke zünde du deine Brücke da unten sehr gut ok jetzt sind wir hier jetzt kommt man da nicht mehr hoch dummerweise hey moment mal wieso guck mal wieso siehst du das da da oben die plattform wozu ist die da ach der hätte man wahrscheinlich doch drüber gekonnt und hätten das dann irgendwie anders zünden können ich hab's auch verkackt wir müssen mal von vorne anfangen dummerweise ich hab jetzt ein bobo ja sorry kann ich da jetzt nix dafür du hast das eben auch geschissen also von daher so ok leute wer kriegt das doch hin trust me i'm an engineer also ich mach jetzt das ja kann wir machen einfach mal hast du dein ding ich hab mein ding ja dein ding dein fluggeste man was soll das bist du da ich bin bei dir ja bam hoch ich am bumbe man kannst du dein zünden hier rüber zack übrigens den brauchen wir auch irgendwie wie wir da hin kommen hä wie kommen wir da hin bitte so warte mal jetzt müssen wir mal ganz kurz überlegen also ich zünde erstmal ich mach mal kurz hier meine Brücke bist du bei mir ne ne lass mal kurz da da unten kommen wir da hin da oben wir kommen überhaupt nicht also wenn wir einmal unten sind kommen wir nicht mehr hoch wir müssen irgendwie da rüber ja ja warte mal wir machen das mal da geht es nach oben da springen wir jetzt mal rein so und jetzt zündest du hier deine deine planke da hä wo da ja geh das ein bisschen höher dass man da drüber kommt ne das ist automatisch so angelegt sicher ja ja was machst du warte mal das ist jetzt blöd ne warte mal ganz ich kann dich jetzt schild ich kann auch ich bin auch jetzt hier rein ich hab dich getrafft ne das kann nicht so fucky leute was haben wir uns da ausgesucht ey nicht easy ne nicht so ganz okay warte mal hier kommt was soll man denn darüber kommen wir brauchen aber den cube als erstes anders geht's nicht wir brauchen diesen cube du musst übrigens noch mal zu mir kommen sonst kommt man nicht weiter ja oder doch bleibt da warte ich komme eben zu dir überlegen schon mal wie man da hochkommt das ist echt tricky ich hab keine ahnung mann was passiert mit diesem licht ding das tötet uns auf jeden fall und die schranke da hinten die verursacht da das unsere ganzen portals weggehen unsere ganzen portale ja aber unten kommen wir ja auch nicht lang oder das heißt du mal dein einschwein dein ein wir war hierhin das wäre auf jeden fall immer hochkommen ist doch du bist so einfach was die warte mal lass uns mal hier noch mal gucken warte mal lass uns ja hier noch mal gucken hier vorne ist nichts wir müssen da anfangen warte mal da oben auch nix hier können wir nix porten das ding hier macht aber was ist das was ist das denn hier ja das müssen wir wahrscheinlich irgendwie abschalten ne arnold wir müssen wir müssen hier drüben das erst lösen jetzt kommen wir nicht weiter warte mal komm mal rein ja auch mit dieser fluggeste es nervt mich du da ja ich bin da einmal rüber arriba hör wie weit bist du da geflogen bitte ne das mal guck mal wir müssen irgendwie ach ich dachte jetzt bin ich voll weit geflogen wir müssen irgendwie da rüber kommen reicht das von der ding her warte mal warte stelle ich mal hier hin zu der ich mache jetzt hier die plattform ja so mach mal kurz das dein dein teil da oben und versuch mal darüber zu kommen wir sollten uns gehen aha hä guck jetzt bist du drüben warte warte du musst unten jetzt machen jetzt mache ich es unten auf und jetzt kannst du runter kommen ok sehr gut aber jetzt ist das problem wir müssen wieder hoch warte 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 das geht mal hin hast du noch ein portal ja ja ich weiß bloß nicht wie es ich kann wie kann ich ein ding warte hast du verschissen alter hast du verschissen ich hab's verschissen oh varte alter du bist ja das ist natürlich gib mir das ding und töte dich jetzt hä wieso habe ich mein portal nicht mehr das ist aber blödsinn du hast wahrscheinlich diese weiße wand berührt und dann ist alles wieder weg ja das ist okay das ist okay das ist okay weil ich kann von hier aus dir helfen ok fuck ich werde sterben warte 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 noch nicht warte mal kann ich nicht fuck nee nee kann ich nicht ich kann ich kann auch nicht von hier weg na komm wieder zurück jetzt wissen wir ja wie wir da drüber kommen bist du tot? nein ich überlege gerade du kannst du brauchst nicht überlegen nee ich komm hier nicht weiter ahhhh ok ich komme ja ok wir sind schon mal weiter es geht vorwärts Leute Leute wir kriegen das hin Leute es geht weiter ich krieg mal ganz kurz ich find's geil es macht Spaß Portal hat mir schon immer gefallen hm oh ich hab's zu dafür dass man schon ewig nicht mehr gespielt hat komm du musst du dein Ding ich hab nicht eins gesetzt ich hab nicht eins gesetzt hörst du ja das wird wahrscheinlich jeder gedacht der die das hier jetzt von mir angeschaut hat zu heavy so das ist Geoff das ist total und irgendein voll nirg Okay Hoch Ja, ich geh mal rüber Bist du bei mir? Jo Den hier So Geht das nur bei mir oder wie? Warte mal Hä, wieso klappt denn das? Jetzt hast du es geschafft Jetzt musst du dein blaues Portal immer aktivieren, okay? Jetzt hast du es richtig aktiviert Bist du safe? Alles klar Komm hier rein Warte, jetzt mache ich hier die Brücke Bist du Ganz oben Ja, setz Okay Geh weg da Jetzt musst du hier drüben machen, wo ich bin Was? Was machst du denn? Ich habe überhaupt nichts gemacht Du warst unter mir Wegen dir Ich war unter dir wegen dir Du hast mich blockiert Ich laber kein Bullshit blockiert Doch, Mann So ein Bongo, ey Einmal mit Profis Ich werde dieses Video nicht schneiden, ne? Einmal mit Profis Die Leute können echt sehen, wie blöd du bist Komm, wach jetzt mal Pader schneidet es bestimmt wieder so zusammen, dass es wie aussieht, als ob es beim Gnast mal geklappt hat So hoch Als wenn ich das mache Setz dein scheiß Portal Ganz zufällig, ey Komm, mach jetzt Mach jetzt safe, ey Ohne die eine Wieso kann ich überhaupt zu weit springen? Das macht überhaupt keinen Sinn Weiß ich nicht Und ich Unten hin Komm runter jetzt So, setz es bitte jetzt da unten So, ich gehe jetzt raus Ich gehe jetzt raus Ich gehe jetzt raus Hast du ihn? So, geh ein bisschen Geh ein bisschen vor mich Damit ich nicht gleich jetzt hier runter Ja, jetzt Jetzt mach Okay, lauf vor Okay, lauf vor Oh, das ist Warte, warte, warte Jetzt hat sich eins unten Mach unten Oh, bitte nicht Okay Okay Noch haben wir Noch sind wir Noch haben wir sie geschafft, ja? Komm, leg das Ding jetzt da hin Okay 3.000 Stunden Hey, das ging doch richtig hin jetzt Der Cube war gerade in dir In mir So Okay Was haben wir jetzt gemacht? Jetzt haben wir da oben das Ding geöffnet Hier Ah, nice Du weißt, was das bedeutet Wir können jetzt da drüben Jetzt da drüben mal die Brücke Also quasi hier Warte Ja, ich weiß schon wie Ich weiß schon wie Hier quasi Ja, ja Warte, wir müssen Erstmal dahin Komm mir nicht raus Jetzt komm, mach jetzt mal Bugs Ich komm mir nicht raus Ich mach das mal an Oh fuck, ich brauch dich hier Was machst du? Warte nochmal Setz nochmal Setz am besten gleich das Ding genau Da kann ich da auch raus Ja, mach jetzt mal Okay, ich bin draußen Komm jetzt her Jo Alles klar, komm rüber Du bist rechts Oh, ich dachte du dich links Oh, ich dachte du dich links Ich bin hier durch Ach du Alter, das sieht ganz genau Dass ich da lang Okay, sobald man hier Ach nee Es ist alledig, komm Alter, wie groß ist denn die Map? Oh mein Ach guck mal, hier hat man wahrscheinlich auch Aha, okay Nee, nee, wir haben hier noch was geöffnet Okay So, warte mal Der Cube ist jetzt darunter Wird aber noch von dem Ding protected Ich komm mir nicht klar, ey Warte mal Ist er was? Protected? Ach guck mal hier Die eine Chance ist jetzt frei Okay Die können wir jetzt immer benutzen Sehr gut Mach mal da dein Ding hin Da hin? Ja Okay Nur mal zu gucken, was hier los ist Ach Gott, ey Kann man das nicht mal ordentlich machen hier, oder was? Hey, schock mich nicht weg Hier Was ist das? Hier, guck mal Ach guck mal, hier musst du dein Ding nach oben lassen Sehr gut Bist du oben? Ja Hier brauchen wir nen Cube Fuck Okay Das heißt, wir wissen schon mal, wie wir da hin kommen Das ist schon mal gut Wir kommen hier nicht mehr weg, Alter Ich sterb Einmal mit Profis Ja, ich bin auch tot Ja, okay Ja, okay So Okay, wir wissen, wie es geht Was machst du da? Ist jetzt dein Ding? Wir müssen da Achso, haben wir schon Doch, wir müssen wieder hoch Jaja, hier mit der Sprungschanze Achso, haben wir ne Abkürzung freigeschaltet Ja, ja Nice Wir brauchen jetzt nen Cube, Alter Ja, den kriegen wir wahrscheinlich weiter hinten Oder müssen wir den Warte mal, oder müssen wir unseren hier mitnehmen Kann man das? Weil wir die Sprungschanze Weil wir die Sprungschanze freigeschaltet haben Nee, ich glaube nicht Dann geht alles kaputt, oder? Nee, kannst du mitnehmen Sehr gut Nice Okay Sehr gut Okay Boah, wenn wir den jetzt verlieren, ne Ist dir klar, was passiert Halsbar Toll Der kommt bestimmt jetzt irgendwann wieder Ich mache Ja Lass mich vorrennen Jaja, mach nur Alter, wie weit man fliegt, ey Sein verdammten Cube ist richtig Okay Den haben wir Okay, haben wir aktiviert Komm hierher Ist jetzt unten das Ding? Hab ich Nein So ein Trottel, Alter Komm Ja, geh doch Alles gut Sehr gut Alles gut Alles gut Wir haben das Ding da oben aktiviert Da oben haben wir jetzt freigeschaltet, ne Ja, ja Ja, aber Stehst du bei mir? Stell dich mal kurz hierher Nee, es ist richtig Ja, und jetzt Wir können jetzt davor hochlasern So Jetzt einmal hoch Schock mich nicht, Alter Schock dich nicht Müssen wir da rüber, oder müssen wir hier oben nochmal auch was nutzen? Wir müssen hierher Boah, jetzt komm ich wieder nicht runter Äh, äh Warte mal, ich muss die andere Ich komm nicht mehr runter Hör auf jetzt Wie kann man dich nochmal ducken? Mit STRG Boah, wenn ich das Ding jetzt klaue, bin ich wieder tot, wa? Warte mal Okay Okay Sehr gut, okay, wie machen wir das jetzt? Hier oben Bist du bei mir? Ja Und jetzt dann da hin? Ja So Okay, jetzt noch runter wieder Und hier runter Boah, das war jetzt aber Das war jetzt busy, okay Okay, der eine Cube fällt runter und aktiviert einfach alles Das ist wahrscheinlich eine Abkürzung hier Ja 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 Okay Ja 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 Guckst mal gucken. Guckst, stimmt du Affe? Jaja, alles gut. Pader? Ähm, what the fuck? Mach mal hier deine Brücke hin erstmal. Oder müssen wir direkt hier hoch. Ja, aber die Frage ist, wieso? Damit du dann hier hingehen kannst. Jetzt komm mal da hin. Wohin gehen? Hinter dir. Keine Ahnung warum. Jetzt packe ich hier oben wieder fest. Oh oh. Ist doch gut, ist doch gut. Du musst doch da rüber. Ja, da rüber kommen wir auch so, du Fröde. Mach mal für mich das Portal dahin. Du kannst doch einfach dir deine eigene Brücke dahin bauen. Mach jetzt einfach. Dann fliegst du aber runter. Was machst du? Du musst doch da drüben bleiben. Achso? Dann muss ich da drüben bleiben. Okay, du bist jetzt... Wegen dem hier, siehst du? Pass mal auf. Siehst du das? Was ist denn jetzt passiert, als du da drauf gegangen bist? Schau mal, das hier ist aufgegangen. Und als du da oben warst mit meiner Brücke noch, hättest du jetzt hier drauf gehen können. Ja, dann mach mir hier die Brücke hin, deine. So, dann gehe ich jetzt wieder rüber. Ich komm mit dir, weil ich muss den Knopf aktivieren. So, jetzt kannst du da oben dein Portal setzen. Okay, setzt du das Ding dahin. Dass ich drauf springen kann. Ja. So, okay. Und jetzt setzt du mir dein Portal dahin. Ja. Und nun? Jetzt komm ich hier rüber und kann gleich die Brücke hier hinsetzen. Warte, 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 warte. Oder du dein Portal dahin, ich weiß es nicht. Warte, warte. Ja, jetzt mach. So, und jetzt? Fuck, ich missdenke dich auch. Ähm, hier ist dein Portal. Warte mal, warte mal. Hier ist dein Portal. Da oben. Ja, ja. Und ich setze meinen zur Tinten hin. Warte, lass mich erstmal reinspringen, oder? Ja, ja, mach, mach. Muss ich auch bei allem mit drin setzen. Jetzt, jetzt. Mach. Okay. Sehr gut. Hier ist ein Knopf. Jetzt bist du auf der anderen Seite, oder? Ja, warte, hier ist ein Knopf. Okay. Ähm, ich mach meine Brücke. Was ist jetzt passiert? Was ist jetzt passiert? Hey, geht ab! Hat sich dir was geöffnet? Jetzt kann ich meine Brücke hier hinsetzen und rüberkommen zu dir. Komm, äh, warte, 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 warte. Warte, hier ist auch ein Knopf. Ah! Jetzt kann, siehst du hier die blaue Brücke? Ja. Kannst du da drauf? Wo bist du denn? Ich bin hier. Unsichtbar bei mir. Ich bin hier. Komm, lauf jetzt. Rüber. Da. Oh, oh. Nein! Sorry, Adi. Da bin ich immer ein Millimeter daneben. Die Brücke ist immer da. Okay, sehr gut. Okay, warte. Warte, warte, warte. Ich komm mal kurz. Ich komm zu dir. Oh, perfekt. Hier ist ein Shortcut. Komm. Den haben wir gerade freigeschaltet. Warte. Nein, den hier. Die blaue Brücke haben wir gerade freigeschaltet. Ach so, okay. Komm, du Pappnase, Alter. Warte mal, aber jetzt war ich da oben. Hätte ich da oben jetzt nicht noch irgendwie mehr helfen können? Wieso sollte ich jetzt unbedingt hier runterkommen? Ja, weil es hier weitergeht. Ja, aber da oben hätte ich irgendwie wahrscheinlich mehr Möglichkeiten gehabt zu helfen oder nicht? Ach so. Keine Ahnung. Ich muss wieder da hoch, Arnold. Warte mal. Man kann ja hier so einfach hoch. Ja. Machst du mir eben noch die Brücke? Oder warte vielleicht... Ach, jetzt komm ich wieder nicht hier weg. Boah, das ist scheiße, wenn das so buckt, ey. Warte mal. Schieß einfach irgendwo hin dein Portal und... Ja. Nein. 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 Schieß einfach irgendwo dein Portal hin und verrecke. Ich kann dir nicht anders helfen, Junge. So, warte, 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 warte. Ah, okay. Ich bin unterwegs, ich kann nicht nur um Stunden handeln. Dass ich nicht deinen Namen sehe, ist doch scheiße. Alter, dieses Gebacken von der Maus ist irgendwie bescheuert, ey. So. Ah, okay. Ich muss mich jetzt wieder da hoch bringen, ne? Machst du deine Brücke erstmal weg? Ah fuck, ich hab vergessen das Ding mitzunehmen. Oh. Wie gesagt, ich werde dieses Video nicht schneiden. Ne, ne, er bekommt es... Roh. Roh, Leute. In der rohen Fassung, genau. In der rohen Fassung. Für sowas muss man sich Zeit nehmen, okay? Ja. Das Video schaut man sich an, während man... Ich muss die Brücke wegmachen, sonst komm ich da nicht hoch. Doch, komm ich. Mach jetzt die nächste. Ja, nice. Okay. Ich Idiot! Du bist so ein Vollidiot! Nein! So ein Vollidiot. Kannst du gemerkt, so beim Schritt so nach vorne gehen. Fuck, das war keine gute Idee. Die scheiße Sprungstanze, man. Über zwei Minuten warten, ey. Ne, ohne Scheiß. Welcher Weg müssen wir jetzt nehmen? Ne, da. Boah, das ist dieser Scheiß- Das ist dieser Scheiß- Das ist dieser Scheiß-Romaton, die schneller laufen kann, man. So. Okay. Jetzt gleich das Ding hier. Los, und jetzt. Go. Ich warte, ich warte, ich warte. Ja, danke. Okay, ich bin safe. So, die Frage ist jetzt. Guck mal jetzt da drüben hin. Dieser Schalter, den du betätigst, der öffnet nur hier was auf dieser Seite. Der ist unnötig. Okay. Den brauchen wir nicht. Siehst du, da hinten öffne ich was. Da. Da. Da, ja, ich sehe es. Und zwar das Ding. Okay, jetzt lass dich fahren. Die Frage ist, was bringt mir das? Dann kommst du zu dem Schalter hier und der öffnet wieder was. Kannst du deine Brücke da hinsetzen? Hier hin? Ja. Okay, lass dich mal da und nicht bewegen, bitte. Ja. Du aktivierst irgendwas dort hinten. Aha. Was? Geh noch mal. Geh gegen den Schalter. Lauf gegen den Schalter. Du aktivierst das hier. Oh Gott, Alter, erschreck mich nicht so. Oh shit. Okay, ich weiß wie es geht. Du bist so ein Low Bob, Alter. Ich weiß wie es geht. Du bist tot. Ja, ich musste hinterher springen. Ich musste da weg. Wieso? Das ist nicht so scheiße. Das hat jetzt keinen Sinn gemacht. Aber egal. Ich schaffe es nicht. Hast du dein Portal gesetzt? Siehste? Ja, habe ich. Ja, habe ich. Ich schaffe es nie beim ersten Mal. Los. So. Das ist das scheiß Roboter nicht rennen können. 3.000 Stunden später. Okay, wir wissen ja wie es geht jetzt. Komm, gehen jetzt hier hin. Machen wir das in einer Folge oder machen wir daraus mehr Verfolgen? Eine Folge. Lange dauert die glaube ich nicht mehr. Let's. So. Okay. 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 Eine halbe Stunde fass. Du bist jetzt darüber und setzt wieder deine Brücke. Ich kann meine Brücke mehrmals setzen. Also du betätigst nur den Knopf, okay? Ja, okay. Betätige nur den Knopf und sonst nichts. Ja. Okay. Und lauf da nicht weg. Es juckt schon sie ein bisschen. Eins, zwei. So, was habe ich jetzt aktiviert? Ah, da hinten. Das Ding. Okay. Warte mal. Kann ich jetzt mal was probieren? Ja. Ich bin safe, ne? Warte, ich mach sie. Ich mach sie. Ja, du musst sie machen. Okay. Bleibst du da? Ja, ich muss eh nichts machen. Ich schau ein bisschen in den Fingern, den wir anders sind zu schießen. Warte mal. Du aktivierst jetzt das Ding da? Ah, wir müssen... Warte mal. Ne, ne. Was hast du jetzt aktiviert? Wo aktiviert sich was? Ist da. Okay. War er? Perfekt. Sehr gut. Sehr gut. Und da müsstest du jetzt geschafft sein. Wir sind beide hier. Arnold! War er geschafft? War er geschafft? War er geschafft? Alter, nice. Oh. Yeah. War das geil. Die war gut. Klick den Daumen hoch. Nach 30 Minuten. War doch gar nicht so schlecht. Der Anfang war halt ein bisschen kompliziert. Ja, ich fand die aber geil. Leute, falls ihr Bock mehr auf mehr habt. Falls ihr mal mehr von diesen Maps zocken sollen. Lasst uns gerne wissen. Und wir werden ab und zu mal wieder so ein Ding zocken. Beziehungsweise, falls ihr auch Vorschläge habt für irgendwelche Tests. Kann man auch gerne in die Kommentare. Einfach in die Kommentare. Und dann werden wir da zocken. Danke fürs Zuschauen, Leute. Schönen Abend. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.